In meinem Kurs lernen die Kinder im Rahmen der Familienbildung Musik, verschiedene Tänze spielerisch kennen. Und mir geht es vor allem darum, dass die Kinder hier ihre Fantasie ausleben können. Deshalb werden mit diversen Spielen oder auch mit Fantasiegeschichten Musikstücke begleitet und sie lernen einfache Tänze. Und es geht mir auch vor allem darum, dass sie das miteinander in der Gruppe hier lernen und vor allem viel Spaß und eine gute Zeit in meinem Kurs hier haben. Vielen Dank. Vielen Dank.